So herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Day Z mit dem Christoph und mir Hallo Leute und es geht auch schon gleich weiter wir haben ja hier den Helikopter gefunden und sind ans den an den an den Airfield Platz geflogen oder sonstiges und jo jetzt geht's weiter auf der Suche nach Utensilien Mö ich bin in einer kleinen Hütte gespawnt äh mit 5 Zombies gleichzeitig und das ist toll weil ich steck aus dem Helikopter und krieg gleich ein paar Zombies an den Kopf das ist auch nicht so ich renne gerade zum Heli Achja wir nehmen das hier übrigens gleich im Anschluss auf also wir haben nichts weiter gemacht geht sofort los mit dieser Alter du hast aber nicht gerade wenig Zombies angelockt äh gleichfalls ja danke ne waren alle in der Scheune drin oh Gott ich hoffe jetzt nicht dass die mir mein Heli kaputt machen äh mein Auto haben sie mir schon mal kaputt gemacht ich will jetzt nicht kommst du zu meinem Heli weil dann schlag ich schon mal den Motoren genau ja du kannst auch schon leicht abheben ach ich glaub das schafft schafft er nicht so schnell ok egal lass mir einfach rein nein zusperren komm ok ich geb auch gleich ab warte jetzt geht's ab komm schon ganz schön reinhauen dahin jawoll boom 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 okay doch gebraucht denn eines ok ein aktueller Start 3 Mörder Kill äh 68 Zombies Headshots 51 bei mir muss ich nicht viel erklären Zuschauer sehens 68 Zombies ey ja toll der Rekord das ist noch wo dein Makarov-Magazin geblieben ist also ja so wo ist der nicht halt geblieben sind ja boah entschuldigung ja das ist wichtig ok wohin wollen wir als nächstes fliegen oh wenn wir nach Derri Sobo wollen dann mischen wir jetzt eine kleine Kurve nach links machen ja stimmt Derri Sobo genau da können wir gleich die Militärzelte durchsuchen nach Gebrauchbarem oh Gott das GPS ist nicht immer so ganz genau man sieht das immer so scheiße auf der Karte naja ok ok der Kompass dreht sich die ganze Zeit im Kreis bei ich weiß nicht ob das normal ist ey ich seh sogar den Stand wo wir sind ne gleichfalls wo wir fliegen beim GPS ja ok wir sind jetzt gleich wir sind weiß der wie Sobo ja warte ich muss aber noch ein wenig nach links fliegen und ein wenig das Ausgleich die Geschwindigkeit hier waren wir auch schon mal ne wenn ich mich nicht ja ja genau wir sind ja auf dem Weg zum Airfield hab ich mich nochmal schlau gemacht und auf der DayZ wirklich geschaut wo spawnt denn so die tollsten Waffen und da hab ich hier gedacht jo wenn wir schon zum Airfield gehen dann auch gleich hier vorbei und jo das hat dann ganz gut gemacht und mindestens jetzt haben uns die Leute gesehen ja tja das kann man nicht ändern würd ich sagen ja hoffi warte mal und warte mal und 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 das ist nicht irgendwie irgendwas was wir den Landeweg blockiert ok dann passt das ja ne aber das sind zwei Autos vielleicht funktionieren die drei Autos heißt auf Jeep ach so ok der Jeep ist auch hier zwei kaputt das eine Auto ist auch kaputt bloß so ok ich glaube hier können wir aussteigen wir sind aber schnell hier bevor irgendwer meint ich muss mir den Helik klauen ja wir müssen hier echt schnell sein und verdammt nochmal von Zombies Auto und 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 das Auto ist kaputt und das da ist erstmal ein Frack mit ein paar bisschen Lack noch dran so dann wow ich dachte gerade du wärst ein anderer Spieler ich hab mich so erschreckt Entschuldigung wollte ich nicht die liegen nur doch vielleicht in den Zeiten ja beschissen aha aha ich hab was entdeckt aha okay die 17 Magazin deine zweitlieblingswaffe ja ich hab leider keine Gehleitung Leute, der ist gerade vor meiner Nase gespawnt wow jetzt blutig schon wieder das ist kleiner Leute ich hab gerade jemand geschlagen und ich blute das war gerade jemand bei mir ja da sieht man wieder ne Day Day sollte noch ein bisschen verbessert werden aber ich freu mich ja schon auf das nächste Day Day in Arma 3 hätte er aber jetzt irgendwie weg nicht dass ich da wenn ich wieder da reingehen geht so sind oder so tja keine Ahnung, mir ist das auch mal passiert auf einmal ein Zombie da zack und dann mir eine übergedroschen und dann war ich weg hier liegt ne Leiche da ja die gibt's hier öfter Chris das da war schon wieder jetzt mal in dem Feld hier oh fuck ein Geist-Zombie okay bei mir ist ein Echter gespawnt der irgendwie ein bisschen was an der Klatsche hat da klatschen warum liegen hier Sachen, die ich nicht aufnehmen kann Smoke Grenade haben wir hier Brauch hier aber nicht Smoke Grenade ich sehe hier kein G17 Magazine ich kann die Sachen hier nicht nehmen wieso nicht Sachen, welche Sachen? die, die hier liegen äh ah, hier liegt ein Coyote Backpack das Beste wow fuck ah, hier ist ein Zermalzell und Eck oh, ja das ist das Beste, das ich auch hab ah okay, ja hier liegt da Carbony wo, welche? ich habe keine deine, ich brauche auch wen äh user joined you meine hi Dani live aha, okay, guten Tag wir machen hier grad ein Let's Play oh glaub ich störe ein wenig, oder? wie würde? glaub ich störe ein bisschen, oder? kann sein oh, ja hier liegt der AKM, Dani störeste nicht was, was hier liegt der AKM ey meine lag da und Munition auch? ja, sehr gut äh, jawohl was liegt hier AK 74 Cobra äh, kann die die normale AKM? äh, ja die 74er Cobra, ja die ist die normale die ist die normale nämlich mal kurz meine Lieblings-AK sehr gut ich liebe die sind Zieder so, okay, hier ist ein Entrenching Tool ich glaube ich hab den schon ja, ich hab den schon ich hab den schon ich hab hier so ziemlich viel willst du echt? bist du den Entrenching Tool, oder? weil, ich hab keinen Vorsicht hinter dem Zombie ich hab das gehört okay, weil hier liegt ich trinke ich trinke eine Cola und ich nimm die so ein oh, da geht einer zu dir rein was? ich geh dir gerade Sachen auf ne, der ist ein bisschen verwirrt der rennt im Kreis jetzt jetzt ja genau steh ein Meter von mir weg und schlag mich trotzdem okay, gibst du ihm Headshot? ja, warte dann hau rein okay, wir sollen abbrauchen sonst hört uns schon wieder der Nächste naja oh Gott, das Auto ist ja sowas von Schrott, warte ich komm mal kurz oh Gott Leute das drin der Motor funktioniert aber ne, so oder nicht die Engine ist da für Reifen ich glaub da fehlt mehr er hat mal gesehen wie verballert so, ey hab noch mal wow sag doch oh fuck links, links da kommt, da kommt welche hier, oh fuck okay rein, rein, starte den Heli die machen die jetzt nicht mein Heli kaputt, ey mein Helikopter warum sind wir auf die, auf der Seite, ich hab doch hier meine Garten warte mal kurz so, okay jetzt kann man, jetzt kann man glaub ich na komm schon ich brauchte mal ein bisschen der Heli okay flieg jetzt nicht gegen am Baum nein mach ich schon nicht so wie letztes Mal, ne immer so ja jo, ähm wohin jetzt? das ist die Frage weiß ich nicht ja, ne Elektro-Action Elektro? na nein, okay, da gehen wir drauf ja, ich würd jetzt nicht so riesen Städte ansteuern, wo die Leute wenn wir mal nemal ein Heli haben, ja und dann genau riskieren wir zu viel und dann sind wir weg das erste Mal, dass wir ein Heli haben und der nicht gleich drauf gegangen ist, ne ja ja ich flieg zum ersten Mal mit einem Heli also bevor du drauf gegangen bist tja nachdem du drauf gegangen bist so aber da war ich eigentlich die Scheune, die scheint mir ziemlich abgelegen und ziemlich übersichtlich da man hier glaub ich keine andere Leute mehr vermutet schauen wir doch mal hier ran okay aber wow, langsame Landung bitte wow ich will jetzt nicht hier sterben ich schon wieder ich schon wieder oh Gott, das Gras ist ja schön so ich hab 70 zombies killed insgesamt so stolz noch oh Gott, warte, oh fuck warte die die kommen wir gleich da auch schon wieder hin oh, und die haben uns schon okay, warte ah, scheiße, 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 fuck ja, ich hab den Helikopter nicht falsch, ich hab den Helikopter falsch herumgestellt egal, ich geh trotzdem rein und schau was lol, äh, Dani der Helikopter rutscht ouch ich bin getroffen, fuck Heli rutscht ja, dann steig aus lol, ich wurde geschlagen aber ich leb noch aua renne die Scheune, Dani und schon unser Blut auf 10.000 runtergesenkt das ist ja mal toll okay, in die Scheune der Rennwanne richtig schlechte Rede äh äh, ist der Helikopter an irgendwas gestoßen? keine Ahnung, der ist grad weggerutscht aber ganz kurz, kann man den Spacken ah, ok na Geweck von mir ja, das war's wieder mit unserem Let's Play schon und schon wieder ja so schön kann's gehen jo, und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Let's Play Day Z Tschüss